Moin aus Hamburg und herzlich Willkommen bei The Room. Mein Name ist Carlos Martins, ich bin Gründer und Geschäftsführer vom Traders Club 24 und wir begleiten seit über 14 Jahren Trader auf ihre Reise und zwar das ganze live. Das ist unser Steckenpferd, live zu sein, jeden Tag Trades einzugehen, gemeinsam mit unseren Clubmitgliedern. The Room ist ein Ergebnis aus diesen 14 Jahren. Perfekte Umgebung für alle Börseninteressierten, für Aktienhändler, Optionshändler, für Forex, CFD, Long, Short. Wir begleiten euch mit The Room auf eure Reise. Wir sind live von Montag bis Freitag, haben aber auch Webinare, Dozenten, Trader, die ihre Strategien vorstellen, ihre Ansätze vorstellen, das ganze aber immer mit dem Fokus Umsetzung. Denn die Meisterschaft wird gewonnen am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wenn die Börsen offen sind. Du hast Fragen zu Strategien, nicht am Wochenende, sondern doch, wenn die Börse live ist. Das ist das Konzept von The Room. Wirtschaftsnachrichten bekommst du live kommentiert von uns. An welchen Tagen handelt man gar nicht? Wann kommen Quartalszahlen für Aktien raus? Wann kann man eventuell eine Put-Option reinlegen? Wenn du bereit bist für den nächsten Schritt mit uns zu gehen, melde dich an, sei live dabei und schau uns über die digitale Schulter und sei unser Gast.